Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel, weiter ratlose Schalker, Köln ohne Probleme, das ist Mato Yajalo 2-0. Völlig überraschend zieht er hier ab, Manuel Neuer sieht nicht gut aus, könnte Yajalos Abschiedstor gewesen sein, der Leihspieler von Siena. Noch hat Köln die Kaufoption aus finanziellen Gründen nicht gezogen, Manuel Neuer an beiden Gegentoren beteiligt und das in seinem vielleicht letzten Bundesligaspiel für Schalke, ob er geht oder bleibt.